Wir sind alle nett und freundlich, da kommen wir doch immer gerne hin. Wir sind alle über 70, das ist auch eine Grundvoraussetzung, und wir müssen Freude am Singen haben. Wir können auch viele brauchen. Wir können auch viele brauchen, die Interesse an Rockbottmusik haben. Man muss eine große Portion Toleranz mitbringen, weil es nicht so einfach ist, so viele Leute mit so unterschiedlichen Vergangenheiten unter einen Hut zu bringen. Dass wir alle unsere verschiedenen Meinungen haben, und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, damit fertig zu werden. Man kann sich doch immer mit einem vertragen, ob jung oder alt. Das spielt doch keine Rolle. Singen, viel singen. Toleranz, in jedem Fall. Ich brauche keine Liebe, ich brauche ein Schafrott. Aber an sich läuft alles in ruhigen Bahnen. 70, also 70 sollte man schon sein. Man kommt aus seiner Einsamkeit vielleicht raus und hat Freude dann am Miteinander und kommt da auch ein bisschen in Schwung, würde ich mal sagen. Und lustig ist das hier, ein Nieseprimel können wir hier nicht gebrauchen. Ja, das ist erstmal Rockbott, aber zum anderen sind es Texte, die ja auch was aussagen. Und ich freue mich jeden Mittwoch auf die Proben. Und ich finde alle Leute nett. Probleme wird es geben, wenn jemand ein Perfektionist ist. Bring mich hier raus. Bring mich nach irgendwo. Ich halte es nicht aus. Ein bisschen Ausdauer braucht man. Ein bisschen Pünktlichkeit und Gemeinschaft sind, dass man sich mit den anderen gut verständigen kann. Ja, und ein bisschen muss man auch singen können, sonst kann man nicht mitmachen. Ich weiß nicht, was es war, bis der Gebrief. Ich weiß nicht, was es war, bis der Gebrief. Das kann doch wohl mir schaden, bis der Gebrief. Es bringt mir das Gebrief. NRW, bist du bereit für die Gollis? Alt genug bist du ja jetzt. Klicken mit dem Moment. Terminant der G quegen. Untertitelung des ZDF, 2020